Ich bin ja echt mal gespannt, wie lange dieses Büro jetzt nur leer bleibt. Das ist doch eigentlich total blödsinnig. Seit einer Woche schrubbe ich hier an diesem Schreibtisch rum, damit sich ja kein Stäub hier festsetzt. Das ist doch Anweisung vom Busser. So, wenn ich ja mal wieder im Chef dran sitze. Tja, der fällt mir ja ein. Heute sei der... ...damit er seine neuen Aufgaben überlegen kann. Was? Er braucht nicht. Er ist in Urlaub. In Perlank auf Malaysia. Ja, persönliche Angelegenheiten, Traumgeschichten. Naja. Ja. Das machen wir. Und singt sie ruhig laut. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.